Musik Moin, sagt man hier zur Begrüßung in Oldenburg. Wir sind heute im Garten Center Oßmann, welches von Rabensteiner, dem Gewächshaushersteller, gebaut wurde. Es ist für mich ein Vorzeigeprojekt in Deutschland, weil hier Nachhaltigkeit beim Bau genauso umgesetzt wird wie Nachhaltigkeit auf der Fläche mit der Produktauswahl, mit den Schönheiten, robusten Schönheiten, die wir haben. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie wir ihn alle gehen können. Musik So, schöne Atmosphäre hier. Also, es liegt nur am Gewächshausbau. Mich interessiert es ja immer, wie es dann jetzt läuft. Für mich ist es wichtig, dass am Ende der Kunde mit dem, was wir gebaut haben, auch zurechtkommt. Wir haben ja eine lange Zeit jetzt auch miteinander gearbeitet. Zehn spannende Monate. Für so ein großes Projekt eigentlich eine kurze Bauzeit. Absolut. Wir haben, glaube ich, viel miteinander gelernt und am Ende, glaube ich, ein tolles Projekt hinbekommen. Ich bin sehr glücklich damit. Man muss eigentlich dazu sagen, es gab ja diese Idee der Planung hier nicht von uns, sondern die wurde von einem Architekten erstellt, der Gartencenter plant. Und wir haben dann zusammen mit dem Architekten, mit Ryan Ostmann, und einfach versucht, daraus eine gut baubare Lösung für die deutsche Gesetzgebung zu machen, sagen wir mal so. Also, ich war begeistert von der Idee des Hofgartens. Das ist eine ganz neue Denkweise eines Gartensenders. Du kennst die Geschichte vielleicht gar nicht ganz. Vor 25 Jahren war ich mal in Florida auf einer Gärtnertour. Und von dieser Gärtnertour habe ich eine Zeichnung mitgebracht mit Kugelschreiber auf einem rotierten Blatt Papier, was ich auch noch habe im Büro. Und da ist ein Gartensender drauf mit Hofgarten. Und das habe ich mal irgendwann wiedergefunden. Das hast du mir aber nie erzählt. Das werde ich nochmal zeigen. Bei dem Konzept geht es ja darum, auch Baumschule oder draußen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann haben wir Kunden draußen, die genießen die Sonne, den Wind und vielleicht sogar ein bisschen Regen. Aber sie genießen eben den mediterranen Flair oder eben den Weihnachtsmarkt oder dieses Weihnachtsdorf draußen. Und die Aktivitäten, die wir vielleicht in der Zukunft auf dieser sehr zentralen, spannenden Fläche vorhaben. Ein Rosengarten, Staudengarten, ein Picnic Place. Wir haben da Pläne und Ideen und Ziele, diesen Hofgarten eigentlich zwölf Monate im Jahr spannend zu machen. Hier sind wir im Hofgarten. Herr Ostmann hatte davon geschwärmt und schon bei der Vorstellung des Projektes mir erzählt, wie das aussehen sollte. Ich konnte es mir damals nicht vorstellen, weil hier war nur Leben. Jetzt können wir uns hier Inspirationen holen und jeder Gartenfreund findet Anregungen für seinen Hausgarten. Es ist natürlich richtig, dass heute alle Projekte unter diesem Ding Nachhaltigkeit geführt werden müssen. Und wahrscheinlich die Politik das auch in der Zukunft von uns erwartet, dass wir dieses Thema ganz nach oben stellen. Ich persönlich finde das auch richtig. Wir können ja weitergehen und sagen, wir haben eine sehr große Photovoltaikanlage hier oben drauf. Liegen die entsprechenden Speicher darin. Wir haben die E-Mobilitätstankstellen hier vor der Tür. Wir haben hier fast 200 Klimabäume, Bäume der Zukunft, wo wir am Ende mit einer großen Baumstülle zusammen eine Auswahl getroffen haben für die Kunden. Wir haben hier auch rund um das Gartencenter viel Begrünung gemacht, viele Blühwiesen, viele Insektenwiesen. Euer Kunde muss nachher das Gefühl haben, in einen Laden einzukaufen, wo sich der Inhaber auch Gedenken darüber gemacht hat. Es geht natürlich um unsere Kundinnen und Kunden, aber es geht darum, auch das Team muss sich am Ende auch wohlfühlen, identifizieren mit dem, was wir tun. Das ist am Ende das, was wir dann auch erreichen wollen, dass wir alle gemeinsam an einem wertvollen Projekt arbeiten. Ein Aspekt für uns immer, und da haben wir gemeinsam auch nochmal richtig intensiv drauf geschaut, als der Einrichtungsplan dann stand, zu sagen, wo brauchen wir jetzt keine transparenten Dacheindeckungen, weil Dacheindeckungen, die transparent sind, eben sehr viel mehr Energie nach draußen tragen. Und wir haben uns dann auf ein Konzept geeinigt, wo eine gute Kombination zwischen sehr gut gedämmten Panelen und einer transparenten Dacheindeckung heute, wenn man es so sieht, einfach ein Bild gibt für den Kunden auch. Ich glaube, der Kunde empfindet das jetzt angenehm, wenn er durchgeht, dass es die Bereiche gibt, wo es eben dunkler ist und nur das Licht wirkt und die Bereiche, die richtig hell durchflutet sind. Da ist es einfach gut, wenn man da auch ein bisschen an die Hand genommen wird und am Ende auch weiß, was sind denn die Materialien, die man verwenden soll, was ist am Ende wirklich gut isolierend, nachhaltig und am Ende auch für den Kunden gibt es ein gutes Gefühl. Ein Gartencenter hat auch immer ein besonderes Einkaufserlebnis im Verhältnis zu anderen Betrieben, wo der Kunde einfach luftig, hell, sonnig empfangen wird. Und ich glaube, dass der Hofgarten das nochmal unterstreicht, dass wir also mit der Natur gehen. Und da machen wir den Bogen rund und versuchen mehr und mehr im Sortiment auch darauf zu achten, dass wir halt Gefäße verwenden oder verkaufen, die entweder aus recycelten oder recycelbaren Materialien hergestellt werden. Ich denke, da ist jetzt ganz viel Potenzial in der Zukunft. Ja, Dachbegrünungen verkaufen, fertige Sedummatten, wo wir das ganze Leben im Garten ansprechen mit unserer Abteilung Leben im Garten. Dass wir also sagen, es geht nicht nur um Pflanzen, sondern es geht auch darum, Tiere um anderes Leben im Garten zu fördern, diese zu füttern, die entsprechenden Saaten anzubieten. Reuter, Labio und Biokräuter spielen eine sehr große Rolle. Ja, und das ganze Einkaufserlebnis im Gartencenter wird halt dann noch abgerundet, einmal durch ein Café. Das sich sehr schön zum Hofgarten hin öffnet und die Leute das genießen, wenn sie da dann rausgehen können. Und im Eingangsbereich der Hofladen betrieben durch einen regionalen Landwirt. Und eben auch unser Blumenatelier. Ich glaube, hier hat es wirklich ein gutes Standing bekommen bei dir. Wir sind natürlich Gärtnerfamilie seit über 70 Jahren. Wir kommen daher. Ich bin selber gelernter Gärtner und Florist. Und dann gehören Schnittblumen und das Team ganz nah an uns heran. Das leben wir einfach nach wie vor sehr. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben, glaube ich, viel geschafft. Und für die Zukunft kann ich mir sicherlich vorstellen, dass wir auch nächste Projekte miteinander angehen. Das freut mich zu hören. Ja, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, hinter dem Gewächshaus mehr zu sehen. Wir wollen eigentlich den ganzen Kunden mitnehmen. Wir wollen den Kunden verstehen. Das ist das Erste. Und am Ende ihm etwas bieten, das über die Lieferung von Glas, Stahl und Aluminium hinausgeht. Das ist unser Ansinnen. Und ich glaube, da sind wir sehr gut in der Branche angekommen. Ich glaube, wir haben in den ganzen Gesprächen und das, was wir auch jetzt eben gemacht haben, war, glaube ich, finde ich sehr authentisch, haben wir gemerkt, es geht oft um die Menschen. Es geht nicht nur um Zahlen. Weil man am Ende in so einem Projekt immer wieder zusammenkommt. Sich auch mal die Hörnchen abstößt. Auch das passiert. Auch das passiert. Wenn wir da bei der Entwässerungsleitung gestanden sind, heute redet keiner mehr davon. Heute redet da keiner mehr davon. Aber dann will der Bauherr manchmal auch mit seinem Kopf durch das Entwässerungsrohr. Das kann dann passieren. Ich bin die Hextrader von Stuttgart wieder hergekommen, um das mir anzusehen. Was mich fasziniert, dass im Bau nachhaltig gedacht worden ist, aber auch im gesamten Sortiment. Jeder muss die kleinen Schritte gehen. Und am Ende wird es ein großer Schritt werden, wenn alle da mitmachen. Klasse. Das ist netter. Selbst auf dem Kasten. Neugierig geworden? Weitere Informationen findet ihr in der G&V und im TASFU Spezial Nachhaltigkeit. Bis zum nächsten Mal.